Hey, was ist denn das? Zuhause gesucht? Das ist ja ein absolutes Herzensbrecherbuch. Das handelt von einem kleinen Drachen, der sitzt im Tierheim. Und alle, alle wollen andere Tiere haben. Elegante, welche zum Kuscheln und so. Und nur er bleibt die ganze Zeit sitzen. Aber ganz am Schluss kommt eine Familie und die will genau ihn. Gerade als er in so einem See von Tränen sitzt. Gott, meinst du, das riesige Tierheim hat auch Drachen? Das hoffe ich.